Ich bin heute aufgestanden, obwohl das sinnlos ist. Schon sehr früh, so gegen Viertel nach sechs, ganz ohne Wecker, ich war einfach plötzlich wach und bin dann auch direkt aufgestanden. Zugegeben, neben meinem Bett lag mein Handy auf dem Nachttisch und es war geladen. Nicht sehr viel später wäre es sowieso losgegangen und hätte mich aus meinem Schlaf geschossen, geweckt. Da war wohl der Schlaf so dünn, dass ich es kaum erwarten konnte, ihn zu beenden und aufzustehen. Lang habe ich nicht geschlafen. Um eins bin ich gestern ins Bett gegangen und auch kurz danach weg gewesen. Ich wusste ja, dass ich heute früh aufstehen muss und es passt in meinen Rhythmus. In den letzten Tagen bin ich meist vor acht wach geworden, vielleicht weil ich mit dem Rauchen aufgehört habe und mein Gemüt etwas angespannt ist, sodass mich kleine Geräusche schon aus der für den Schlaf notwendigen Entspannung reißen. Vielleicht aber auch, weil ich kürzlich mit einem positiven Ergebnis das Semester beendet habe und jetzt keine bevorstehenden Prüfungen oder Abgabenfrist mehr habe. Der Tag gehört mir. Ich kann früh aufstehen und mich damit beschäftigen, womit ich mich beschäftigen möchte. Also würde ich eher lieber auf Lust auf den Tag schätzen, als auf einen dünnen nervösischen Schlaf. Und heute, so wie die letzten Tage eigentlich immer, lese ich dann nach dem Aufstehen, während ich eine Tasse Kaffee trinke. Derzeit lese ich Mind Time von Benjamin Libet. Der Physiologe Libet ist durch das Libet-Experiment bekannt geworden. Unter dem Libet-Experiment versteht man einen Test, bei dem der Untersuchte eine bewusste, willentliche Handlung vollziehen soll. Er soll sein Handgelenk bewegen. Zusätzlich soll er auf eine Uhr schauen und sich merken, wann er sich dazu entscheidet, das Handgelenk zu bewegen. Dem Untersuchten wurden Messgeräte an die Kopfhaut angeschlossen. Während des Test wurde festgestellt, dass die Messgeräte schon etwas vor der Zeit ausschlagen, vor der der Proband sich dazu entscheidet, das Handgelenk zu bewegen, bzw. vor der Zeit, die er sich für diesen Entschluss merkte. Man könnte meinen, dass die Zeit, die vergeht zwischen dem Entschluss, das Handgelenk zu bewegen, und der Uhrzeit, die man sich merkt, die gleiche ist wie die zwischen den ersten von den Messgeräten aufgenommenen Informationen und der gemerkten Uhrzeit. Es wurde aber eine Gegenprobe erstellt, die dieser Annahme widersprach. Bei einem zweiten Test bekam der Untersuchte einen kleinen spürbaren Impuls und sollte sich die Zeit merken, wann er diesen bekam. Hierbei trafen die Untersuchten deutlich eher den richtigen Zeitpunkt. Im Impuls zur gemerkten Zeit verging nur etwa ein Achtel der Zeit, die zwischen den gemessenen Hirnströmen bzw. dem Bereitschaftspotenzial und der gemerkten bewussten Entscheidung lagen. Man könnte sagen, dass ein Achtel der Zeit benötigt würde, um von einer bewussten Entscheidung zu einer anderen zu wechseln. Also von der Entscheidung, das Handgelenk zu bewegen, zum Uhrzeitmessen. Von der bewussten Wahrnehmung des Impulses zum Uhrzeitmessen. Wenn dem so wäre, blieben etwa sieben Achtel der Zeit vom gemessenen Bereitschaftspotenzial bis zur Entscheidung. Der bewussten Entscheidung ging also etwas voraus. Dies kann man dann so sehen, dass es keine selbstständige Willensentscheidung war, da der Wille ja erst hinzukam, als der Vorgang schon lief. So weit kannte ich das Libet-Experiment auch schon bevor ich das Buch angefangen habe zu lesen. Neu gelernt habe ich zum einen die Gegenprobe. Es fiel mir vor der Lektüre des Buches schwer, mir vorstellen zu können, wie der Zeitpunkt einer Willensentscheidung festgehalten werden soll. Die Zeitmessung über den Impuls als Vergleich fand ich allerdings ziemlich verständlich und überzeugend. Der zweite Punkt ist der, dass hingegen der Vermutung, Libet würde seine Experimente nutzen, um gegen den freien Willen zu argumentieren, verteidigt Libet den freien Willen. Nach seinen Ausführungen gibt es zwar nicht die Möglichkeit, eine Handlung anzustoßen, hier wäre das Bereitschaftspotenzial immer zuerst da, aber es gibt die Möglichkeit, einen laufenden Prozess einer Handlung aufzuhalten. Ein Bereitschaftspotenzial muss nicht unweigerlich zu einer Handlung führen. Zwischen diesen beiden Teilen einer Handlung steht der Wille und der kann entweder Ja oder Nein sagen. Das erinnerte mich ein wenig an Aristoteles, der da meinte, man könne einen Willen trainieren. Die Frage wird ja dadurch nicht beantwortet, sondern einfach nur verschoben. Was ist dann dafür verantwortlich, ob ich meinen Willen trainiere? Und kann es nicht auch für die mentale Handlung, einer physischen oder mentalen Handlung zuzustimmen, auch etwas geben, was dem vorausgeht? Und was wäre dann die erste Entscheidung? Also irgendwann als Baby, oder? Muss damit eine Entscheidung als Willensentscheidung gilt, diese Entscheidung in Worte gefasst werden können? In Worte innerhalb eines Bewusstseinsstromes? Ist es für irgendjemand ein Verlust, wenn dem nicht so ist? Und abgesehen, dass ich grundsätzlich glaube, dass wir alle das Resultat dessen sind, was uns produziert hat, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, geradezu natürlich, im Gegensatz zu etwas Fremdem, das aus dem, was es umgibt, herausragt, würde ich an mir selbst auch keinen qualitativen Unterschied im Sinne einer sympathiehaften Bewertung meines Unterbewusstseins und meines Bewusstseins machen. Wenn ich eine wichtige Entscheidung vor mir habe und ich verbringe viel Zeit damit, bewusst darüber nachzudenken, warum sollte ich das nicht tun, mich beschäftigt. Diese Entscheidung stammt dann aber von der gleichen Person, die vielleicht in einem Moment ohne vorhergehende Zeit der Überlegung etwas gemacht hat. Ob jetzt die erste Handlung frei war, weil in ihr das Bewusstsein Zeit hatte, sich eine Begründung bereitzulegen oder unfrei war, weil das Bewusstsein durch äußere Einflüsse von seiner eigenen Intention abgelenkt werden konnte, kann ich nicht sagen, genau wie ich es im Fall der Spontanhandlung nicht umgekehrt sagen kann. Bewusstsein und Unterbewusstsein scheinen ineinander überzugehen. Ob ich zum Beispiel etwas geträumt habe, gehört, wenn ich mich daran erinnere, zu meinen bewussten Erlebnissen. Wenn ich nichts geträumt habe, hätte ich die Zeit dann unbewusst verbracht. Was ist aber mit manchen Nächten, aus denen man gut erholt aufwacht, ohne etwas geträumt zu haben, nur mit einem guten Gefühl oder mit Nächten, aus denen man aufwacht, um einen Schluck zu trinken oder zur Toilette zu gehen. Man nimmt es sich ja nicht bewusst vor, das zu tun, auch wenn man im Nachhinein sagen könnte, dass es dem eigenen Interesse war. Ich bin aufgestanden, weil ich zur Toilette musste. Klingt nach einer gut begründeten Handlung. Und ab dem Punkt, an dem ich mit einem Bein aus dem Bett steige, ist es dann meist auch eine bewusste Entscheidung, den Weg zu gehen. Obwohl es auch schon Situationen gab, in denen ich wach wurde und nicht wusste, warum ich wach war. Dann sitze ich im Bett und frage mich, warum ich wach wurde, wie ich friere, zum Beispiel. Mache dann das Fenster zu und schlafe ein, ohne die Frage, warum ich wach geworden bin, beantwortet zu haben. Ein Ansatz, der mir bei Libet gut gefiel, war der, dass er meinte, dass unsere Gedanken nicht in einer logisch zusammenhängenden Kette aufeinander folgen würden. Gedanken kommen und gehen wieder. Ein Gedanke kann sich schon entwickeln, wenn der vorige noch bewusst ist. So zumindest beschreibt er die Suche nach einem passenden Experiment. Anhand von einer Reihe von Wissenschaftlern und Schriftstellern beschreibt Libet die Ansicht, dass man eine Antwort oder Lösung nicht immer durch zweckgerichtete mentale analytische Anstrengungen finden kann. Libet beschreibt in dem gleichen Buch, in dem er sich um die Möglichkeit eines Einspruchs zu einem Einspruch innerhalb eines Willensaktes windet, um so die Möglichkeit des freien Willens zu behalten, dass ein anderer Wissenschaftler, der nicht wusste, wie er eine Theorie beweisen solle, dass er nachts wach wurde und wusste, wie er das Problem lösen könne. Er schrieb sich die Lösung auf, aber konnte seine Notizen am nächsten Morgen nicht mehr lesen. In der nächsten Nacht träumte der Mann wieder von der Antwort. Dieses Mal schrieb er sich die Antwort nicht auf, sondern ging sofort ins Labor und setzte die im Traum gefundene Antwort um. Da er es in der ersten Nacht nicht schaffte, sich in dem Maße Notizen zu machen, dass er diese am nächsten Morgen noch gebrauchen konnte, kann man davon ausgehen, dass er im Traum die Lösung auch nicht in Worte gefasst hatte. So wie ich mir auf dem Weg zur Toilette den bewussten Willen zusammenschustere, dass ich besser austreten sollte, um noch etwas schlafen zu können, schusterte dieser Mann sich im Labor einen Nobelpreis aus unbestimmten intuitiven Eingebungen. Fraglich, ob man dafür einen Preis verdient hat, wo es doch keine wirkliche, anstrengende, bewusste Leistung war, die Antwort im Schlaf zu finden. Ich gönne es dem Mann. Und abgesehen davon, dass Preise für einzelne Glieder von Ketten immer komisch sind und die Vorstellung eines Gedankens, der im Schlaf kommt, deutlich romantischer ist, als die Vorstellung, dass die Antwort hart an einem Schreibtisch herausgepresst wurde, wird ja die Tatsache, dass die Antwort nun da ist, dadurch geschmälert, dass sie nicht innerhalb der Grenzen gefunden wurde, die ein Experiment dem freien Willen oder der gegenwärtigen Definition des freien Willens nicht entspricht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Wissenschaftler oder jemand, der durch die Ergebnisse dieser Entdeckung zu einem unbeschwerteren Leben gekommen ist, sagen würde, dass dies dem Ganzen einen miesen Beigeschmack gibt, dass man, wenn man dem Wissenschaftler Otto Löwi währenddessen Messgeräte an den Kopf befestigt hätte, man kurz bevor er aufgewacht oder die erste Handbewegung machte, die den wissenschaftlichen Fortschritt einleitete und so gemessen hätte, dass vor seiner bewussten Entscheidung schon etwas vor sich ging. Das Schöne oder auch das Wunder ist doch diese von mir völlig ungenannte Entdeckung, nicht wie oder unter welchen Kriterien sie gefunden wurde. Schade, dass Libet in der Frage zum freien Willen nicht seine Freizügigkeit, die er bei der Herleitung von neuen Ideen hat, beibehält, oder noch besser, dem Ballast einfach los wird, den diese willkürlich gezogene Grenze mit sich bringt. Warum er das tut und warum er häufig für einen freien Willen argumentiert, ist Gier. Wenn man ganz fest daran glaubt, ist dann noch ein Eis im Kühlschrank, auch wenn schon alle sechs Verpackungen und der Karton vor einem liegen. Es braucht den freien Willen, damit man sich richtig entscheiden kann, beziehungsweise damit man sich falsch entscheiden kann und so zu einem Sünder wird. Benjamin Libet ist religiös und das ist kein so unspezifisches Gefühl oder eine Ahnung. Die letzten zehn Seiten seines Kapitels über die Willenfreiheit diskutiert er oder er ordnet er seine Vision des freien Willens, also die Möglichkeit Handlungen zu unterlassen, die man nicht für richtig hält, in religiöse Systeme ein. Er beschreibt sogar, dass innerhalb der Geschichte der Philosophie das Anliegen eines freien Willens, der für die Bewertbarkeit eines Menschen und seiner Handlungen wichtig ist, die Allmacht Gottes, die für die Position Gottes wichtig ist, aber dann auch auf das Geschick des einzelnen Menschen einwirken würde, immer zwei Ansichten waren, die beide gern vertreten wurden, geradezu bedingten, aber auch ausschlossen. Gott hat dann die Lösung gefunden und jeden Menschen einen freien Willen gegeben und seine Allmacht stoppt, dann halt einfach da oder ist dann pausiert. Ich habe ja auch noch Eiswürfel im Eisfach, die kann ich ja auch lutschen.